in der folge jetzt schon mal so fast zehn eisenärzte finden hat was das ist viel mehr glaubt mir warte das ist so viel das ist eine mega da hier ruft die schweine willkommen zu einer neuen folge waro mit balui hallo so dann wollen wir ja drei zwei ach so egal ich zähle nicht wir gehen einfach drauf ist ja jetzt nicht so ich sage ich sagen wir bauen auch ganz kurz einen zweiten ofen ich war auch immer dass wir nicht abbauen können dieses friezen das ist voll aufpassen dass du nicht fliegst dabei auch schade unser fleisch wurde nicht weitergebraten schade ideen immer gut doch ledig arme waren zu kurz gehen wir hier einfach runter oder wie das hatte ich mir überlegt ehrlich ehrlich gesagt ist das für andere spieler viel zu leicht zu finden ja aber ich glaube wir bleiben ja eh also wenn wir gehen wir nur kurz unter die erde uns bietet sich ja an dann kommen wir hinterher wieder hoch und haben unser fleisch ja das ist eine gute idee stimmt stimmt du solltest vielleicht irgendwie auf die zeit achten nicht dass wir dann ja das wäre jetzt sehr bitter dieser folge auf jeden fall das wäre ungünstig das bitte nicht dann findet irgendwer unser ganzes fleisch und dann freut er sich dann gehe ich aber weinen und das war es dann ja dann spiele ich nicht mehr mit dir waro du blöder villager was verkaufst du 20 weizen für ein emerald oder 18 kartoffeln für ein emerald oder 19 ein möhren für ein emerald risch ist günstig oder ein emerald für zwei brote tut mir leid ich will jetzt nicht die koordinaten einblenden das muss ich die ausblenden wieso willst du die einblenden ja mich weiß ob ich erhöhe ich bin fürs chipmining oh ok hast du keine mini map also ich habe eine mini map wo ich genau sehe wo welcher spieler rumrennt und und ist doch erlaubt oder nicht ironie einfügen für dumme menschen danke ich will nur dafür sorgen dass deine zuschauer jetzt zu mir rennen auf meinen kanal gehen und gucken der hat bestimmt eine mini map angemacht ne ich habe eisenherz gefunden erst mal waro melden oh alter ich habe fünf eisenherz gefunden ich nehme dann mal bitte warte mal was kann man aus fünf bauen ne wir bauen uns erst schwer da ja stimmt hast du eigentlich Leder Leder gar nicht wir haben keine Kuh gefunden ich habe nur eine Kuh ganz oben am Berg gesehen aber da bin ich dann nicht hochgegangen weil ich habe Angst vor Kühlen ich gucke jetzt die koordinaten an ich blind die dann nachher aus am besten aber nicht sagen ja ich wollte gerade sagen wir sind auf ok früh gemerkt wo ist denn piepig wobei ne piepen darf man nicht man darf ja nur die koordinaten aus stimmt man darf den Ton nicht weg machen ne warte mal doch da hat doch einer gefragt ob er Ton weg machen darf von irgendwas äh bau mal das eisenherz ab ich gehe mal hoch oh ich habe eisenherz gefunden ganz alleine ohne deine Hilfe schade auf deine Pigex in der Folge jetzt schon mal so fast zehn eisenherz finden hat was das ist viel mehr glaub mir warte das ist so viel das ist so eine mega Ader hier so wir sind dann schon full dia das war's wir gehen jetzt schon mal Menschen schlachten also ich habe jetzt hier in der Ader elf eisen gefunden danke läuft bei dir dann komm mal hoch pack sie in den Ofen dann machen wir Schichtwechsel oh die ganzen Treppen wieder hoch springen super job ja dann bremst du aber schon mal in der Zeit naja ist okay ich möchte nicht sagen dass es nicht läuft aber dass es läuft aber es läuft bei uns ja darüber kann man sich echt nicht beklagen nach zwei Folgen wie viel haben wir jetzt wie viel ist gerade im Ofen äh Fleisch nein nein wir haben jetzt 19 21 Eisen das ist nicht schlecht jetzt habe ich mir gerade die ganzen Hühnerfleisch genommen warum eigentlich und du wolltest dich hier unter der Kirche nicht runtergraben ja woher soll ich denn wissen dass unter so heiligem Boden so viel Eisen wächst äh ist ich bleib jetzt mal nicht oben ich komm mal runter wieder ich brauch nur noch eine zweite Pickaxe weil ich glaube die eine wird nicht mehr haben oh Eisenerz eins zwei drei vier genug fünf sechs das ist nicht schlecht ja wissen wir schon nach der zweiten Folge full Eisen oder was ja fast holy shit so wir tauschen wieder du darfst jetzt hochgehen weil die Treppensteigen so viel Spaß macht ja warte du kannst ja mal einen Seitengang abgraben auf welcher Höhe jetzt hier auf der ich weiß es nicht warte ich guck nochmal ganz kurz nach wo wir sind äh ja mach mal auf der hier nach rechts und links ja okay denk dran also auf der Höhe jetzt ähm dass du in dieser Folge zweimal ausblenden musst nicht vergessen ja ich guck mir die Folge eh nochmal durch ja gut also ich schreibe mir dazu muss das ausblenden so you know how stripminding works äh zwei und dann zwei freilassen ja genau aber ich mach lieber vier weil ich hab schon wieder ich hab schon wieder Eisenerz gefunden eins zwei drei vier fünf sechs ich hab ne Höhle gefunden das ist geiler sieben acht ich hab ne Höhle mit Fledermäuse nein wilde Fledermäuse greifen mich an nein beschützt mich äh ich bin dagegen dass wir in Höhlen gehen warum weiß ich nicht weil Höhlen Creeper aber letztes Mal letztes Mal bin ich an einem Creeper in der Höhle gestorben ja gut du warst auch unfich ich hab Gold gefunden der ist hinter mir auch ne gar nicht beim ersten Varro bin ich beim Creeper in der Höhle oder sag mal kann man Gold ne bei die harte Sechst bin ich mit dem Creeper was du bist überall gegen Creeper gestorben da kann ich ja nichts für so in etwa ich hab Creeper ich hab Creeperphobie ähm Gold kann man nicht mit ner Steinpick abbauen richtig ne aber ich geb schon mal Vorsichtshalber nochmal hoch ja du könntest vielleicht ne Eisenspitzhacke herbringen hier ist nämlich Gold in meinem Seitengang hab ich ne Höhle entdeckt und ich guck mal rein hab ich mir gedacht ja brauchen wir Gold willst du keine wenigstens ein bisschen goldene Äpfel bauen ja doch okay oh Gold äh aber geh bitte nur in den Stripman in den Gang während ich nicht da bin weil sonst sonst nicht dass du stirbst möchte ich nicht 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 dass ich dir das nicht zutraue oder so aber ich möchte nicht dass du stirbst ich reiß mal unser Lager hier oben ab und baue oben alles zu ja musst du nur genau so bauen wie es war ne ja nicht dass das irgendjemand entdeckt ich wäre ungünstig nur leider kann man es halt sehr leicht nachvollziehen wo wir hergegangen sind ich kann ja die Position wechseln okay also hier hörst du auf jeden Fall entweder ist dann ein Spawner oder sowas in der Art oder da ist ein Dungeon hinter weil da waren tausend Millionen von Geräuschen gerade zu hören dann da nicht hingehen nicht aber die Zuschauer lieben Spannung, Action und Abenteuer weil meine Nerven mögen keine Spannung, Action und Abenteuer hallo Zombie hallo meine Nerven mögen entspanntes Farmen mit Balui mhm also bist du ein Weichei nein und hinterher voll equippt Leute schnitzeln das entspannt mich okay ich glaube zwar eher dass wir geschnitzelt werden aber ich hab auch Eisenherz gefunden also mit dem Volleisen nach der vierten Folge und nach der dritten Folge liegst du glaube ich gar nicht so schlecht ne ne klingt gut ich hab jetzt ich hab jetzt ich hab jetzt zwei ich hab jetzt 41 Eisen ja würdest du hast du denn jetzt einen Eisenpicker gebaut oder nicht noch nicht brauchst du eine ja ich wollte schon gerne das Gold mitnehmen das wäre schon gut dann kommen sie her oh bei dir ist Alarm nee nee geh doch weg du blöde Fledermaus was machst du denn hier in meinem Gang hallo oh hier ist unser Lager okay warte ich tu mein Eisen noch dabei was sagt denn die Zeit ja okay wir haben noch locker Zeit das also das ist auf jeden Fall genug danke ja aber warte mal Lapis Balui brauchen wir auch ne für Verzauberung ja exakt ich hab schon wieder Eisenerz gefunden ich hab das Gefühl die anderen werden dann genau so Eisenerz finden eins zwei weiß es nicht drei vier fünf sechs sieben und niemals unter die Weggraben niemals ja du tust so als wenn ich meinen ersten Tag in Minecraft verbringe nein ich möchte nur einfach nochmal dran erinnern das ist einfach so ein friendly reminder ja sei ja nicht so unfähig und grabe gerade nach unten nein ich sag das nur deswegen weil mir das auch oft passiert aber da hab ich ja den fähigsten aller Mitspieler gekriegt wow danke kann ich nochmal tauschen gegen irgendwen anders von ne umtausch ist ausgeschlossen Mist man könnte sich natürlich in meinen Account reinhacken dann könnte man das ich frag Kilian aber nicht vom Urlaub aus doch mitspielen könnte oh ich hab Gold gefunden komm mal her mit der Eisenspitzhacke ja ja warte ich Stripmine gegen deinen Stripmine Gang warte ich müsste gleich durch sein Hallo hast du Gold da rechts ganz hinten sind wir denn jetzt auf einer Höhe wo gut Eisen zu finden ist oder Diamanten oder was erstmal Eisen Okay, ich weiß gar nicht, gibt es da eine optimale Höhe für? Ja. Du darfst sie jetzt ja nicht sagen, weil... Na doch, eigentlich die Höhe dürfte ich schon sagen. Ja, dann sag sie mir mal bitte. Weil ich wusste nicht, dass es da jetzt auch eine Höhe gibt. Um 30 rum ist halt Eisen ganz gut. Okay. Aber zumindest ist es so erfahrungswert. Ja, werde ich mir aufschreiben. Für, für das nächste Mal. Für, wenn ich da mit wem anders war. Und gefühlt irgendwie alles, alles, alles zwischen 10 und 20 ist halt ganz gut für Diamanten. Gefühlt. Oh, ich habe Eisen gefunden. Ich auch. Das ist nicht so... Also... Also, wenn die anderen... Wieviel brauchen wir denn? Wieviel brauchen wir, um voll Eisen zu werden? Gehen wir gleich mal an, Rüstung zu craften. Wo ist unser Lager? Ah. Hauptsache, unser Lager ist weg. So, ich mache jetzt mal zwei Schwerter. Warte mal, das kann man doch ausrechnen. Also, der Kopf braucht 5, die Brustplatte braucht 7. Richtig? 7? Ja. Ja. Für 7, Hose 6... Ne, Hose ist 7. 7, 4 für Schuhe, sind 11, Kopf 5, sind 16. Brustplatte 8. 16 plus 8, 24. 24 für Full Iron. Oder ein Eisenschwert. Und eine Eisenpicke. Und ja. Also, ich habe Eisrüstung schon. Also, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall schon Full Iron. Full Iron. Ja. Hier, komm mal her. Ja. Oh, das Wichtigste für den Anfang. Danke, danke. Now we don't die by Creepers. Nicht mehr? No. Aber es ist doch Hardcore, oder nicht? Ich glaube, es ist trotzdem... Also, Hard. Es ist aber trotzdem dann nicht mehr instantät. Wenn du komplett Eisen bist, glaube ich nicht mehr. Bin mir nicht sicher. Lüncht mich nicht, aber... Wenn Andi das sagt, ich vertraue für sein Wort. Und wenn das nicht wahr ist... Ich will es nicht ausprobieren. Naja, ich probiere es gleich aus. Wenn ich einem Creeper begegne, dann stelle ich mich vorhin und sage... Okay, okay. Plus, Andi hat gesagt, du tötest mich nicht mehr. Und wenn ich dann wahr überende, dann hätte ich mal einen Zuschauer auf dich. Weißt du, so wie die extra geschrieben haben, in den Regeln, Zuschauerverhetzung ist erlaubt. Also... Ja, klar. Na? Super. Wie lange haben wir noch, circa? Äh... Drei. Okay. Ich will überlegen, wie es am taktischsten ist. Dann bleiben wir bis zum Ende der Folge erstmal nochmal hier unten. Ja. Dann verziehen wir uns dann am Anfang der nächsten Folge. Ja, pst. Nicht so viel Taktik verraten. Gibt immer so Zuschauer, die gehen woanders hin und sagen... Man muss den anderen ja auch ein paar Tipps geben, ne? Also wir sind hier, Leute. Hier sind wir. Sucht uns. Wir machen ein Schild dran. Wir sind hier. Guckt mal, seht ihr die Koordinaten? Wir sind hier. Ja. Wir machen einfach ein Schild an unsere Kiste und schreiben hier. Aber wir können ja auch gesavete Kisten machen, aber im Moment kriegen wir ja alles noch so unter. Ich weiß auch gar nicht, wie sinnvoll das ist, Kisten aufzustellen. Hm. Weil eigentlich, äh, weiß ich nicht. Deine Base will ich eigentlich nicht, zumindest nicht länger als ein paar Folgen. Naja, eben. Ich mach mir schon mal eine Hose, ne? Nur, dass du dich nicht wunderst. Ja, ja, mach mal. Mach dir auch gleich Schuhe, wenn du kannst. Ja. Ein Eisen noch. Das Gold, das Gold, das Gold, das Gold. Was sind da rechts noch in dem Ofen? Wollen wir noch essen? Ne, auch Eisen. Ach, auch Eisen. Stimmt. Ich hab auch seitdem wir oben waren, nichts mehr essen müssen. Stimmt. Aber ich könnte eine Iron Trap bauen. Ich dachte, man könnte vielleicht Schuhe so craften in einem 2-Feld, aber erlaubt er mir nicht. Hm. Also wir haben Sugarcane. Zehn Stück, das ist ganz gut. Cola haben wir. Flint. Lapis Baloui. Gold schon. Ein Hühnerei hab ich auch zur Not. So, ich bin Full Iron, und du? Gleich. So, jetzt bin ich auch. Coole Sache. Back. Naja, mehr Eisen brauchen wir ja dann eigentlich nicht mehr so, ne? Nö, jetzt können wir nochmal nach Diamanten gucken, aber... Ja. Oder wir fangen nächste Folge an, Leute zu jagen. Tja, ich weiß nur nicht, wie gut wir da drin sind. Und ich weiß auch nicht, wie man das macht. Weil das hab ich in Varro nie gemacht. Ich hab in Varro gelernt, dass man sich versteckt. Auch nicht, aber ich meine, wir sind Full Iron. Also... Ja, eben. Aber... Nach der dritten Folge. Ah. Das kriegen wir schon hin. Ja, gut. Dazu braucht es nur etwas Zeit und die Geduld, sich andere Videos anzugucken. Ist stimmt, stimmt, stimmt. Am liebsten würde ich... Also ich hab so ne... Weißt du, so manche Spieler, die ich gerne töten würde. Zum Beispiel Early Boy. Ja, dann können wir ja downtracken. Das kriegen wir hin. Da bin ich dabei. Boah, der kriegt ja direkt Hinweise von den Zuschauern. So, na, nicht Early Boy. Äh... Miss... Äh, drei Sekunden, denk ich mal noch. Andi, drei Sekunden. Okay, dann lass das mal zum Ofen gehen. Wui. Wollen wir das Zeug abbauen hier? Äh, ja, definitiv. Wenn jemand da hinkommt, weiß er nicht sofort, wer da war oder dass jemand da war. Und... ... einfach mal Andi sieht hin. Wui. Putz in der Tiefe. So. Zack, versteckt und jetzt noch irgendwo einbuddeln. Einbauen. Nö, warum einbauen? Nicht? Einfach im Gang stehen bleiben. Ja, also uns kann ja eh niemand auflauern. Im Moment nicht, stimmt. In diesem Fall können wir ja vor Polo ziehen, bevor jemand weiß, wo wir sind. Ja, aber vielleicht findet ihr einer durch Zufall diesen Gang. Aber der weiß nicht, dass wir hier sind, weil wir keine gesicherte Kiste aufstellen, wo unser Name dran steht. Das ist total dämlich. Eigentlich brauchen wir... Ich habe immer nicht verstanden, warum man eine Base braucht, wo man all das Zeug reinpackt. Wo ist denn die Treppe nach oben? Das wäre ganz gut, wenn wir uns da hinkriegenstellen. Waren wir... Hier, hier. Du hast nur irgendwie einen Doppelgang gemacht. Warum auch immer. Dann können wir diese Folge noch hoch. Und ich würde sagen, gönn euch ein Abo, lass das bleiben. Guckt bei Baradoui vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.